Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Alex vom New Strong Business Team. Es freut mich, dass ihr dabei seid. Ja Freunde, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, habe ich vor ein paar Tagen die neue Company vorgestellt, FCT Academy. Ja und ich befinde mich hier derzeit gerade in meinem Dashboard und möchte mit euch gemeinsam hier eine Einzahlung tätigen. Denn ich möchte 0,25 Bitcoins einzahlen. Das sind umgerechnet, ja ich sag mal so ungefähr nach dem jetzigen Kurs 1000 Euro, die ich hier investieren möchte und meinen Bitcoin vermehren somit. So, ja vielleicht habt ihr euch schon registriert und habt auch mal den Geldgewinnrechner einmal angeschaut, was da wohl möglich wäre. Mit meinem 0,25 bekomme ich 0,0035 am Tag und das macht monatlich dann 0,0405 Bitcoins. Das meiner Meinung nach ist eine sehr gute Summe, die man hier wirklich seinen Bitcoin für sich arbeiten lassen kann. Plus das Affiliate-Programm, was uns hier zur Verfügung steht, wird das Ganze sehr attraktiv machen. So, ja dann wollen wir mal direkt loslegen. Und zwar klickt ihr hier auf den Menüpunkt Finanzen. Da könnt ihr eure Einzahlung tätigen und zwar drückt ihr hier auf Auffüllen, wenn ihr das Ganze auf Deutsch eingestellt habt und bekommt dieses Fenster. Es ist zum Teil russisch geschrieben, ich habe mir das mal durchgelesen. Und zwar heißt es hier, man soll die Nutzerbedingungen bestätigen. Wenn wir hier auf die Bedingungen klicken, werden wir auf eine weitere Seite weitergeleitet, wo wir uns das Ganze einmal alles durchlesen sollen. Und das bitte ich euch auch alles zu tun, denn die weisen hier auf gewisse Dinge hin, die jeder für sich verinnerlichen müsste und das verstehen sollte. Und das muss man natürlich durch das Klicken auf das grüne Button hier akzeptieren. Sobald ihr das akzeptiert habt, habt ihr hier eine Adresse angezeigt bekommen, wo ihr dann eure Bitcoins versenden könnt innerhalb von 72 Stunden. So, solltet ihr das nicht innerhalb von 72 Stunden schaffen, dann müsstet ihr das nochmal beantragen, denn sonst könnte es hier zu Komplikationen kommen. Meine Einzahlung habe ich von 0,25 Bitcoins getätigt und das möchte ich natürlich jetzt investieren. Ihr habt ja auch nochmal den Rechner und so weiter und so fort. Wie ihr seht, habe ich dieses Geld auch heute eingezahlt, wobei hier schon der siebte angezeigt wird. Da kommen wir aber später noch drauf hinzu, denn wir haben hier eine Zeitverschiebung aufgrund dessen, weil der Server in Hongkong registriert ist. Da müsst ihr 8 Stunden plus rechnen. Somit sind die schon im nächsten Tag. So, wenn wir dann einzahlen möchten, dann klicken wir auf die Kapitalverwaltung. Hier unter Kapitalverwaltung könnt ihr eure Investierte bzw. eure Bitcoins investieren. Dazu klickt ihr dann die Menge an. Dann gebt das hier an, aus welcher Balance wollt ihr das einzahlen und dann klickt ihr einfach auf Investieren. So, da wird nochmal abgefragt, möchten sie wirklich investieren? Da klickt ihr einfach auf dieses untere Button, auf OK. Somit ist das Ganze investiert, erfolgreich investiert und wir schauen uns mal direkt an mein Benutzerkonto an. Ja, und wie wir schon sehen unter persönlichen Daten, investiert 0,25 Bitcoin. Perfekt. Das sieht doch gut aus. Ab dem morgigen Tag, wenn ihr jetzt beispielsweise heute investieren würdet, würde diese Summe ab dem morgigen Tag bekommt ihr täglich eine Rendite und zwar 7 Tage die Woche. So, ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Unter dem Menüpunkt Bildung könnt ihr natürlich die jeweiligen Ausbildungsprogramme nutzen. Dazu habt ihr diese Anfangsebene, die ist kostenlos. Das wird wie gesagt wöchentlich gemacht. Wenn hier das Bestellen jetzt erscheinen sollte, dann kann man da an so einer Ausbildung auch teilnehmen. Fortgeschrittene Ebene und individuelle Masterklasse, das könnt ihr natürlich auch nehmen, aber die kosten Geld und ihr werdet natürlich da besser gewinnt. Aber das habe ich ja auch alles schon erklärt in dem Anfangsvideo, was ich euch unten auch verlinken werde und dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Unter Werbemitteln habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu bewerben. Da habt ihr auch den Link für eure Partner, die ihr aufbauen möchtet und verschiedene sprachige PDF-Dateien, so dass ihr das einmal anhand der PDF-Datei weitergeben könnt. Oder ihr könnt natürlich auch die Leute einfach auf meine Seite bzw. auf mein Video verlinken und zeigen, guck mal hier, da wird das ganz genau erklärt und könnt natürlich unter eurem Link den Partner registrieren. Das ist selbstverständlich klar. Ja, des Weiteren seht ihr hier eure Partner dann. Das möchte ich jetzt nicht gerne zeigen, denn da werden auch die E-Mails veröffentlicht und so weiter und so fort. Denn ich habe hier schon Partner aufgebaut und das soll ja nicht öffentlich sein. Ja, somit habe ich meine Einzahlung nun getätigt und werde darüber berichten, wie sich das Ganze entwickeln wird, selbstverständlich, wenn ihr auch dabei sein möchtet und auch euren Bitcoin bzw. eure Bitcoins für euch arbeiten lassen möchtet, dann könnt ihr dieses gerne tun. Den Anmelde-Link für dieses Unternehmen werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken. Bitte investiert nie die Bitcoins bzw. das Geld, dessen Verlust ihr nicht verkraften könnt, denn jeder ist hier für sein Handeln selbstverantwortlich. Das bitte ich immer zu berücksichtigen. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit wirklich von 0,01 Bitcoin zu investieren, also ist das Ganze hier recht gut gehalten und recht niedrig gehalten von der Investition her. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Kommentiert dieses Video. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne unter meinen sozialen Netzwerken schreiben. Dazu gehört auch natürlich WhatsApp und andere. Und wenn ihr weiter auf dem aktuellsten Stand sein möchtet zu diesem Unternehmen und auch anderen Unternehmen, die ich präsentiere, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.